Neulich kriegte ich von Britta eine Karte aus als Gitter. Anneliese schrieb mir aus dem schönen Essen, sie könnt mich nicht mehr vergessen. Gleich nach dem Brief von Pia schrieb mir Cordula aus Trier. All diese Märchen tun mich furchtbar doll vermissen, doch davon will ich gar nichts wissen. Wo bleibt die Karte von Renate, auf die ich so sehnlich war? Wie schreibt Tine, Biene, Babel und Agathe eine Karte, nur nicht Renate. Neulich bekam ich aus Berlin eine Postkarte von Ann-Kathrin. Am Tag danach erhielt ich von Marein einen Liebesbrief aus Nordernein. Aus Unmarschickteheim, einen Kuss von ihr und Maike. Ja, all die Mädchen tun mich furchtbar doll vermissen, doch davon will ich gar nichts wissen. Wo bleibt die Karte von Renate, auf die ich so sehnlich war? Wie schreibt Tine, Biene, Babel und Agathe eine Karte, nur nicht Renate. Heute da kam endlich die Post von ihr aus Brom, doch was ich da lesen musste, war der blanke Hohen. Sie genüsse, ja, das schrieb sie mir, das Deutsche Lieder, mit ihrem neuen Freund Hans-Dieter. Das war die Karte, auf die ich warte, und diese Karte war von Renate. Mit mir schrieb sie da während gültig Schluss, schönen Gruß und von Hans-Dieter einen Kuss.